Hallihallo, hier ist Mo Tenzin für MoFan VR. Ich spiele mit euch Archangel und ohne viel zu labern geht's los. Also, meine Zusammenfassung für alle, die jetzt erst reinschalten. Wir sind ein riesiger Battle-Mech und die letzte Chance der tapferen Amerikaner, sich gegen wen auch immer. Das sind irgendwie so Future-Nazis durchzusetzen. Ich als Pilot des Battle-Mech, habe es auch noch eine Backstory. Mein Sohn ist in Gefahr und ich muss hier die Welt retten und gleichzeitig ist mein Sohn in Gefahr. Ein großes moralisches Dilemma, aber ich ertrage es. Was ich auch habe, sind drei Kollegen, die immer mit mir rumfliegen. Also, die sind dann irgendwie so kleinen Raumschiffen. Labern nonstop und nerven ein bisschen. Und ich habe eine künstliche Intelligenz, die hier mit eingebaut ist. Mit der unterhalte ich mich dann nicht. Oh! Zandagraphic. Zandagraphic. All right. Let's move out. Zandagraphic. Zandagraphic. Okay. Genau, das ganze Team von Sky Dancer heißt die Firma. Hat noch nie was von Facial Animation gehört. Das ist ein bisschen lustig. Die Landschaft sieht ganz cool aus, aber gleichzeitig auch ein bisschen merkwürdig. Was soll denn das immer sein? Irgendwie so schroffe Berge und ein paar... Oh, 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 oh. Die waren close enough for visual. Oh, guck mal. Und schon wieder Fans, die winken. Ah, da ist ein Tank. Oh, scheiße. Wenn man kriegt die Schüsse, macht man nicht so richtig mit. Sie haben sich ja sehr viel Mühe gegeben, die Feinde hier gut sichtbar zu machen. Aber genauso hätte mich auch interessiert. Genauso wichtig hätte ich es auch gefunden, die Schüsse, die auf einen zukommen, identifizieren zu können. Da muss ich wieder reinboxen. Alter. Hahahaha. 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 Beh espectieren. Hahahaha. Hahahaha. Das habe ich schon gesagt, dass dieses Hand-Dingchen ein bisschen besser aussieht als das Corex. Okay. So, wir haben ein paar Türme weggeboxt. Die Leute haben sich gefreut. Darf ich jetzt einen Bagger umschubsen? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße. Wieso habe ich denn keine Schild-Energie mehr? Das war schlecht jetzt. Das war ein bisschen, aber. Fuck. Ja, I'm sorry. Was war das denn? I feel you dying. Oh Gott. Warte an diesen Drama hier, ey. I feel you dying. So, da habe ich mal wieder ein bisschen versagt. Ich muss noch mal gucken, weil ich verstehe es mit den Schilden manchmal nicht. Die sind irgendwann weg. Ich kann die offensichtlich, wenn ich sie loslasse, laden die sich nicht sofort wieder 100% auf, sondern es gibt so ein Kontingent, was dann einfach runtergeht. Da muss ich mal drauf achten. Das ist nämlich immer das Problem. Ich denke, ich habe Schilde und agiere so und halte eigentlich nur meinen Arm hoch. Schweinetaschen. So, ich hoffe, ich muss jetzt nicht die Türme nochmal unboxen. Doch, ich muss die Türme unboxen. Na gut. Scheiße. Die kann ich nicht abschießen. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstanden habe. Affirmative. Was ist das? Ein Lautesprecher. Humanix. Captain, Humanix tactics leave no room for mercy. No, no! All weapons hot. Let's show them what no mercy means. Screecher's targeting you, Guardian. What's going on? The left, the left. I won't. Okay, okay. What are those things? Harvesting towers. Part of Humanix is a great plan. Automate food production and kill whoever gets in the way. Attack regulator panel on its side. Destroying it and transferring power might overload and destroy the tower. Boom! Damn, that's satisfying! Captain, there's another tower up ahead. On it. Guardian, the refugees up ahead are resisting the evacuation orders. I said they were inspired. By what? By us. Tell them to keep moving. Tell them the time to fight is coming. But it's not today. Hit them again! Don't mind if I do. I'm not paying for that. Guardian, we could damage their supply lines. Their forces need this grain. Wie witzig. Habt ihr gehört? Einer hat eben gesagt, I'm not paying for that. We got air inbound. That's a lot of air power. They're in attack formation. I believe their mission is to exterminate the refugees. That many units? They can take out a whole city. Humanix is exceedingly thorough. This is how they smoke us out. Hitting us where they know it hurts. Turrets! Missiles incoming! Ah. Shut up. Das hat ein bisschen besser geklappt. Aber großartig war es auch nicht. Ich verliere immer ein leichtes Blick hier. Alright. Alright. Alles klar. Schocken. Das hat ein bisschen besser geklappt. So this is Humanix's way forward. And none of us are in it. Automated factory farms. Harvesting food for fat cats. While the people who grew up here starving the hills. Ah, scheiße. Okay. Damn, those little guys pack a sting. Rambler, you're taking heavy fire. Pull back. Pull back. Wo sind sie? Bin für alles bereit. Baba. Oh nein. Ja! Sheld! Fick dich! Ah! Scheiße! Noch was? Oh nein! Da ist noch ein kleiner Mistkerl. Und da kommt hier ein neuer Mistkerl. Kopf schon, Kopf schon, Kopf schon! Eieieiei. So gut sieht es nicht mehr aus mit meiner Energy. Kommt hier wieder. Ah scheiße. So ein großer Klapper. Scheiße. Ah. 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 Fack. Okay. Nicht brillant, aber... Möglich? Achso, Moment mal. Was war das denn? Ich brauch mal neue Energie zwischendurch. Yeah, gib her. Kommt schon, Nanopacks. Yes, Sir. Sie sind auf uns. Belei das Order. Divert nach dem Westen und geht nach Deep Mountain. Das mech ist zu wertvoll. Du Respekt, Paladin. Du besser findest einen Offizier für ein proper Court Marshal, weil ich nicht folge das Order. Guardian, abort! M1, cut die Transmission. Mit dem Glück. Transmission terminated, Captain. So, wir tun das? Oh, ja, wir sind. Es ist okay. Es ist cool. Some of my best times were, als ich war ein Corporal. Hey, Guardian. Look at all those towers down here. You're thinking what I'm thinking. Achso. Das... Okay. Beautiful. Goddamn beautiful. Engage. Engage. Aber wie ihr merkt, ich werde auch schon ein bisschen besser, was das angeht hier. Schild. Man braucht wirklich eine Zeit, um da rein zu kommen. Oh, oh, oh. Scheiße. Den habe ich allerdings eben nicht gesehen. Okay. 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 Oh, nein. Schon wieder. Ich weiß leider nicht. Was meint der damit? Ich weiß nicht, Schild. grande. Ich weiß nicht. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich verlassen. Du wirst wirklich nicht wissen, was es ist, was du? Social-Call-Matics! Denn ich bin in der Mitte von etwas. Bulldog! Du bist 6! Du bist 6! Ein A.I. der versteht die Menschen Angst. Die Menschen Irrationalität. Eine Maschine, die mit dem Spielplan gegen ihn ist eine Weapon. Eine Weapon, die zerstörte jeden Bewegungsmöglichen in der Welt. Ja, ich bin glücklich. M1? Serious, ihn aus meinem System. Du willst zu retten Leben? Die Ironie ist, was die meisten Leben schafft, ist das alles, was du gegen dich kämpfst. Ordnung, Kontrolle, Stabilität. Ich habe den Intrusionpunkt. Seid euch bald. Seid euch beide. Alter. Die Hunde. Komm schauen. Lauf weg! Okay. Einen habe ich zerboxt. Einen noch. Ah. Also. Hier wird es aber wirklich immer richtig wild. Zwischen den Schilden und so umzuschalten, finde ich echt nicht einfach. F***. Wie war das denn? Das hat sich noch getan. Nah, was ich nur da? Ja. Hör mal für den Schilden? so fuck what okay alter scheiße meine Tür klingelt warte mal achso lass mich das mal kurz hier abschließen dann gehts weiter äh, Freunde, sorry, sorry, sorry äh, ich bin hier eingestöpselt in der Wohnung und die Tür war abgeschlossen und meine sehr geehrte Hausdame kam nicht in die Bude so, das ist natürlich nicht so gut und der VR sollte das reale Leben nicht leiden deswegen wir haben die Mission überstanden ich mach an der Stelle jetzt mal Schluss und muss offensichtlich ähm mal, äh, mich und meine Dame kümmern so, trotzdem nett, dass ihr dabei wart also, da ging ja einiges diesmal ordentlich Action mir hat die Grafik sehr gut gefallen diesmal also, irgendwie so unter freiem Himmel und das finde ich alles ganz nett puh, ich schwitze auch ein bisschen das war ungedrängt okay, danke, dass ihr dabei wart das war Mo Tenzin mit Archangel gebt mir einen Daumen hoch oder was auch immer ihr geben möchtet und, äh, kommentiert gerne wir sehen uns das nächste Mal bis Tenzin ciao i go 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 Vielen Dank.